Der Feind hat dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen, die beiden Befehl zu widersetzen! Oh, heute ist das einfach geklaut. Der Militär hat mit den Jungen! Jeder hat mich verlogen, sogar die Ausschuss! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederzurechtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich setze Feindlinge! Verreiter, Verlager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißen, des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militär mal eine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als ich kenne... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um da alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein aufs Messer gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlt! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt! Sie wird das Zaufele in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ich habe felsend in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das Weg bei den verlasse, irre Sie sich der Fall dich! Eher jag dich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was Sie wollen! Und das ist im Moment! Geht! Tun Sie, was Sie wollen! Und wie Sie wissen, Wir sind nicht nur über die Bandschmerzen! Das ist uns in dem Kopf! Untertitelung des ZDF, 2020